gute wie bei hell dragon lp und ich begrüße euch dann zu dem gewünschten delhi ali player of the month player review ganz einfach und ich habe in delhi ali ein bisschen kleinere problemchen gehabt über die tage hinweg ich habe jetzt tatsächlich drei tage gespielt in insgesamt vier verschiedenen scores ich habe euch zwei gezeigt zuletzt habe ich ihn jetzt in einem 4 4 1 1 gespielt und das hat so seine gründe warum ich etwas länger gebraucht habe für dieses player review schauen wir uns mal auf seine ingame werte und er hat relativ ordentliche upgrades bekommen besonders in der offensive hat er den höchsten upgrade bekommen mit plus zwölf beim abschluss zwölf schusskraft elf volleys und so weiter und so fort auch seine offensive positionierung ist sehr hoch aber was macht delhi ali besonders oder beziehungsweise braucht man ihn überhaupt ja es ist echt schwierig alles zu beantworten aber fangen wir erstmal mit seinem tempo an und da hat er 82 beschleunigungen 77 endgeschwindigkeit hier muss ich leider sagen und ihr wisst alle miteinander die treuabonnenten sind dass ich absolut nicht auf pace achte aber delhi ali fühlt sich langsamer an ja als das was auf seiner karte steht hat mich ein bisschen enttäuscht könnte natürlich auch mit seiner körpergröße von 1 88 zu tun haben aber das war nicht so berauschend sagen wir es mal so das zweite da bleiben wir gerade beim minus machen wir heute mal wieder umgedreht und zwar hat er 77 stärke und da muss ich sagen die stärke von ihm fand ich jetzt gar nicht so brillant das wird eventuell auch daran liegen dass er 63 balance hat denn er war relativ leicht wegzudrücken und ist auch das ein oder andere mal dann auf die schnauze gefallen kann ich nicht gebrauchen ganz ehrlich nicht wenn ich davon jemanden habe der den ball zum mann bringen sollte dann so ein meckern wieder auf hohem niveau dann bin ich eigentlich fertig mit der negativ kritik das ist die ballkontrolle und die beweglichkeit also die ballkontrolle der 89 das hin und wieder merkt man das zum beispiel jetzt hier in dem moment wo jetzt den ball probiert oder schönes dribbling im strafraum ansetzt aber das fühlt sich für mich immer noch nicht nach 89 ballkontroll an weiß ich nicht da habe ich schon andere spieler gespielt mit weniger ballkontrolle und die konnten den ball einfach ohne problem stoppen kann er nicht und die beweglichkeit von 81 ja die ist nahezu okay denn 81 ist ja dann jetzt auch kein 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 messi oder takashi inui zum beispiel inui ist ja einer der höchst bewerteten was punkt und beweglichkeit angeht ist natürlich nicht der fall aber auch das wirkte etwas doch sehr schlagsig und weiß ich nicht ob das so sein sollte ja dann kommen wir mal zu seiner attacking position also offensiven positionierung hat man schon gemerkt dass er auf jeden fall die wege geht auch er hat ja hoch mittel arbeitsraten das war schon ganz okay und jetzt kommen wir dann mal langsam zu dem warum ihr euch der lieli holen könntet solltet mal kaufen kann man ihn ja nicht und das ist auf jeden fall was mir megamäßig spaß gemacht hat sein passspiel er hat eine übersicht von 84 einen kurzen pass von 91 und ja das war's also das langt eigentlich schon denn die bälle kommen eigentlich sehr gut an auch die langpässe bei 80 kommen auch an das hat mir wirklich sehr gut gefallen denn er ist imstande einfach mal so einen blinden pass zu spielen oder ein pass wo du als als spieler gar nicht mit rechnen ist du hast zwar immer so eine so ein weg im kopf sage ich mal die spiele zu dem dann zu dem dann zu dem und der lieli ist aber im stande ein pass zu spielen mit dem du selbst nicht rechnest obwohl am controller bist und das macht für mich eine special karte aus oder das macht für mich dann auch ein hoch hoch gerateter spieler aus war wirklich genial und dann zum abschluss was mir sehr gut gefallen hat war sein longshot ganz speziell sein longshot hat einige hochkarätige chancen im strafraum nicht rein gemacht aber auch das ist eher meckern auf hohem niveau da passt die 87 nahezu aber sein longshot war wirklich genial 87 schusskraft war wirklich super so und ihr seht ich habe 14 spiele machen müssen um ihn einigermaßen irgendwie bewerten zu können fünf tore drei tor vorlagen das ist jetzt wirklich nicht das gelbe vom ei aber da müsst ihr mir dann halt auch ab und an einfach mal glauben ich möchte zukünftig keine spiele mehr einfach aufnehmen und sie euch dann nicht präsentieren habe ich mir ganz ganz fest vorgenommen denn ihr wollt kommt also ihr möchtet content von mir sehen ich möchte videos auch gerne hochladen und häufig passiert das nicht weil ich die spiele dann nicht hochlade weil ich der meinung bin ach es gibt dann die einen anderen die mit negativer kritik nicht leben können ist mir ehrlich gesagt aber schnurz piepe denn ich gebe delhi elli eine 6 von 10 denn wer 14 spiele braucht oder wenn ich mal 14 spiele braucht bei einem spieler hat das einig zu sagen ich bin mit ihm nicht zurecht zurecht gekommen pro wie gesagt sein schuss besonders sein longshot sein passspiel ist mega genial defensiv stark ist er dazu auch noch da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber geredet könnt ihr auf jeden fall euch darauf verlassen dass er die bälle auch zurückerobert der preis denn für einen play of the month ist er dann doch relativ günstig mit mein letzter preis den ich im kopf hatte war 110k für die squad builder challenge und ja negativ wie gesagt sein tempo das fühlt sich für mich dann doch nicht so an die stärke und die beweglichkeit ja es ist halt nun mal so wie es ist ich hoffe das play review hat euch gefallen und schreibt mal bitte unten in die kommentare ob ihr auch mit negativer kritik leben könnt denn ich finde ich soll ehrlich rüber kommen und das ist halt nun mal meine ehrliche meinung so das war's von mir wenn es gefallen lassen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare dann bleibt mir nicht mehr mit mir zu sagen macht's gut und ciao